Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Spec Ops The Line. Ja, jetzt gucken wir mal, was der Typ da oben von uns will. Hat's nicht geschafft. Schätze, man kann nicht jeden retten, was? Schätze, ihr seid mir was schuldig. Typischer CIA-Bullshit. Wollen Sie mir erst mal zuhören, bevor Sie mich abknallen, Junge? Haben Sie den Plan, außer alle abzuknallen? Klar haben wir einen Plan. Not so, Agent. Erzählen Sie. Etwa 400 Meter von hier ist der Hauptwasserspeicher der Stadt. Da wollten wir hin, als die uns angriffen. Mein Job, Captain, ist, mir dieses Wasser zu holen und so die 33. zu schwächen. Sie glauben, Wasser ist hier der Schlüssel? Wir sind in der Wüste, Junge. Da ist Wasser, der Schlüssel zu allem. Scheiße. Granate! Okay, komm! Ich seh nichts. Bleib unten! Was, 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 was? Kontakt! Ist das Riggs? Nein, da, Delta! Wo steckt dann der Halter? Wer ist hier? Oh, verdammter Drecksack. Du bist tot! Na los, hier kostet mich Zeit. Haha, scheiß Synchro. Du wartest mal Drecksack. Wie sind die hier reingekommen? Verarschen? So, wo ist der Nächste? Okay, hier rüber. Nein, springen, dann. Scharfschützen! Wo? Lenkt sie für mich ab. Ich bin unterwegs. Wo sind Scharfschützen? Oh. Riggs, verdammt, wo stecken sie? Da oben. Ich hätte euch hier den Arsch. Einmal du. Und... Ach so. Das ist Riggs. Alles klar. Tut mir leid, mein Freund. Soll ich rüber? Ich muss rüber. War das überhaupt? Waren das überhaupt Feinde? Das müssen Feinde gewesen sein. Jetzt hätte ich die nicht erschießen können, oder? Einmal du. Und zu. Wow. Mit Mixox und Chloro ist man schon stolz, wenn man solche Kills mal hinbekommt. Eins. Und... Zwei. So. War da jetzt Riggs, der nach unten gelaufen ist? Ich hoffe mal für ihn. Wieder einer weniger. Blende die Arschlöscher. Er ist ungedeckt. Leg die Lunge. Eins. Und komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, der ist tot. Wo ist der Nächste? Wo ist der Nächste? Der war hier doch eben noch. Die sind doch dumm, wenn die geblendet sind, ey. Wenn ich geblendet werde, würde ich glaube ich... Ich weiß ja nicht, wie man sich da erstmal fühlt. Aber ich glaube, ich würde mich direkt erstmal auf den Boden legen. Was? Nein, 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 nein. Nein. Geh hier hinter. Ähm... Wie war das jetzt? Ja, genau. So, eine. Und... Bam. Hallo? Ja. In der Küche. Hui. Gibt es jetzt Essen oder was? Aber der kann durchgekocht. Na gut, okay, ab in die Küche. Ich glaube, das war weniger witzig gemeint, als ich es aufgefasst habe. Sie haben uns nichts zu sagen, Mr. CIA. Oh, ich, Lugo. Die CIA hat diesen Krieg nicht angefangen. Aber den Leuten hier Waffen geliefert. Diese Leute wollten den Aufstand. Von uns kam nur das Werkzeug. Werkzeug, das sie tötet. Reden Sie sich das nur ein, Junge. Was macht der da? Aufgepasst. Wir kriegen Besuch. Again. Rambo. Ich mache hier echt einen auf Rambo. Kommt mir langsam so vor. Sonst noch jemand? Oder war es das? Na, da oben kommen noch welche. Ich sehe euch doch, ihr Wichser. Ich versuche mal was. Wer für Blender. Krass, wie der hier mit seinem Revolver durchrennt, ey. Das ist mega krass. Hallo? So, so mit einem Revolver verletzender Arm. Scheiß drauf, ich bin CIA-Agent. Ich kann das. Übermensch. Irgendwie gefällt mir dieser CIA-Typ. Aber der wird nicht lange bei uns bleiben. Ich sage mal, der wird in den nächsten 10 Minuten sterben. Oder 15 Minuten. Vielleicht stirbt er noch bis Ende der Folge. Ich weiß es nicht. Werden wir sehen. Vielleicht muss ich auch wieder entscheiden. Keine Ahnung. Mal gucken. Das Dubai Aquatic Colosseum. Nach meiner Schätzung befinden sich an die 170.000 Liter H2O in diesem Gebäude. Das ist das Herz von Dubai. Schneid das Herz raus und die Bestie stirbt. Jetzt haben sie es kapiert. Meine Leute machen ein Stürmmanöver vom Haupttur. Das hält die 33. Stürftrad und wir schleichen uns hinten rein. Jo. Einheimische als Lockvögel? Sie verstehen, dass man Opfer bringen. Hm. Abgesperrt. Scheiße. Wir sind entdeckt. Haben Sie einen Plan, Riggs? Drängt sie zurück. Ich mache die Tür auf. Das soll doch wohl ein Witz sein. Vergiss ihn. Wir haben andere Probleme. Was? Oh. 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 Nein da. Nein da. Ich habe das Fall. Komm schon. Perfekt. Ich empfange eine Feindfrequenz. Lass hören. Da sind sie. Ich bin geblendet. Blende den Feind. Sofort. Hallo. Fick dich. Der ist weg. Wollt ihr mich verarschen? Was soll ich denn hier machen? Hallo. Was sind das für Kerle? Das ist ja krass. Schlag. Schlag doch. Danke. Bam. Ich werde sterben. Ich werde so sterben. Ich werde so sterben. Nein. Ich will nicht sterben. Schrotflint. Nein. Nein. Bitte nicht. Ich mache den Schalldämpfer ab. Der geht mir gerade ein bisschen am Sack. Da steht einer Schalldämpfer. Hier oben überlandt. Briggs, die Tür auf. Los. Gut. Ich bin leer. Hallo AK. Nein. Besser doch. Hallo P90. P90. Munition für die P90 bitte. Oder für alle anderen Waffen irgendwie. Scharfschütze, leichte Waffen. Ui. Erfolg. Cross. So. Die M4 hat ja sowieso keine Munition mehr. Hier liegt ja auch keine M4 rum. Oh. Doch hier. Packe ich mir da mal die Munition, die hier rumliegt. M4, M4. Beeilung Walker. Wir haben nicht ewig Zeit. Ja, ja. Schon klar, dass wir nicht ewig Zeit haben. Aber, naja. Okay. Hier ist auch keine Munition mehr. Gut. Ich bleibe jetzt mal bei der und nehme nicht die P90, weil ich mag die hier irgendwie lieber. Tür eintritt. Bang. Ganz unten ist ein Parkhaus. Hinter Ihnen. Oh scheiße. Oh. Tja, man ist halt nicht CIA-Agent ver... Das Bild verstört mich irgendwie ein bisschen. Was piept da die ganze Zeit so? Ich verstehe es nicht. Naja. 53. Wow. Stimmt was nicht. Was ist denn? Wir sind nicht allein. Moment. Verschnaufen? Irgendwie glaube ich ihm das nicht. Zumindest nur so halb. Oh, ein Hammer. Und das soll das einer sein, glaube ich noch. Toll. Drei Schüsse für den einen Tüter. Ja, aber mit Schloss müssen wir da auch nah herankommen und das tut der, glaube ich, nicht. Eigentlich bin ich ja in Deckung. Bloß nicht. Hallo. Hallo. Ja. Toll. Komm, ich versuche es mal. Das müsste eigentlich... Wo sind die denn jetzt? Kommt hier irgendwann noch rum? Nein. Das ist keine Nahkämpfer. Die haben mir ja letztes Mal richtig viele Probleme bereitet, diese Nahkämpfer. Hallo, ist das zu fassen? Geht doch. So. Wo bist du denn? Du bist da. Vorsicht. Schon für den selben Anmarsch. Halt rein. Du schon wieder. Och nö. Ich hasse diese Leute. Okay, ich gehe flüchten. Macht ihr das mal bitte. Okay, du bewegst dich. Legt ihn um. Er ist ausgedeckt. Legt ihn um. Scheiße, ich brauche hier Deckung. Was? Briggs? Wo ist Briggs? Oh, komm schon und ich hasse diese komischen... Was? Mein Controller ist doch irgendwie kaputt. Wenn ich so ganz leicht nach links drücke, macht er auf einmal das hier. Moment. Hier, ohne dass ich irgendwas drücke, geht der so ganz leicht nach links. Ich verstehe es nicht. Okay. Warum macht ihr das nicht? Lass auf die Lüftung. Die sind versandt. Beim Pfeiler. So gut wie erledigt. So, jetzt werden wir sehen, ob da überhaupt irgendwas was bringt. Hint ihn auf. Niemand bleibt zurück. Haftgenote. Haftgenote. Hab den schweren. So. Einmal du. Und. Steh auf, ich brauche dich im Kampf. Und. Ach, bravo. Ich sterbe. Ich brauche Munition. Oder dich. Ich brauche dich. Steh auf, ich brauche dich im Kampf. Na, warum bleibt ihr auch nicht in Deckung? MG auf dem Hammer. Bleibt unten. Hebt ihnen keine freie Schussbahn. Okay. Wie soll ich das machen? Aua. Fuck. Komm, konzentriere dich wieder auf die anderen beiden. Nein. Ja gut, das war's. Huh. Okay. Wie krieg ich dich? Die krieg ich nicht so ganz ohne Granaten. Anscheinend so. Na gut. Und die hat nicht mehr so viel Munition, deswegen. Nehme ich wieder meine. M4. Mit. Ach da. So. Denn die kann man nachladen. Ihr seid schon wieder am Schießen. Genau. Hier liegen jetzt die Granaten, die ich da vorne gebraucht hätte. Hier, sichert die Trucks. Ich trommel den Rest meiner Männer zusammen. Wir sehen uns drin. Was ist denn hier? Hier ist doch bestimmt auch noch irgendwas. Oder ist das einfach nur da, wo die rauskamen? Hm. Anscheinend nur da, wo sie rauskamen. Oh, jetzt schleicht der wieder so blöd. Geh doch schneller. Ich trau ihm nicht. Ich auch nicht. Aber Riggs und seine Männer sind gerade die einzigen, die uns nicht töten wollen. Überlegen Sie sich, wem Sie helfen, Captain. Ohne Wasser werden alle in dieser Stadt sterben. Auch Ihre Männer. Riggs will niemanden retten. Er will die Wahrheit begraben. Zusammen mit den Leichen. Muss nachladen. Wusste ich's doch. Dass noch ein bisschen Munition reinpasst. So, hier liegt auch nichts mehr, ne? Nein. Gut, dann geht's weiter. So. Was war das denn? Moment mal. Komm her. Scout. Was? Wie haben die mich denn jetzt gesehen? Was ist passiert? Verarsch mich doch nicht. Wie zoomt man noch mal näher? Frage ich mich gerade mal. Passt auf die Schrottwinde auf. Ach ja, genau. Wieder einer weniger. So. Äh, da unten ist noch einer. Da unten ist noch einer. Ich finde die nicht. Da ist einer. Ich steck fest, verdammt. Achter, schlug, ich kann's nicht stoppen. Verdammt. Kein Problem, bring ihn wieder in Ordnung. Da. Beflegung. Stark. Okay. Muss ich nicht verstehen, ne? Ich gehe weiter. Oh. Hallo. Kein Problem. Bring ihn wieder in Ordnung. Da ist der Sniper. Ich hoffe, den habe ich jetzt. Habe ich ihn? Hallo. Ich wollte schon sagen, ey, wehe, du hilfst dem jetzt nicht. Hi, Lugo. Da bist du. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Na, na. Da, na, da, da, da. Das kann doch nicht sein. Hä? Wo zur Hölle da bist du? Nein, jetzt duckt der sich um. Jetzt duckt der sich zum zweiten Mal, ey. Ich glaub's ja nicht. Haben wir denn hier auch ne Deutschlandflagge? Da. Da ist die Deutschlandflagge. Da ist Deutschland. Bin ich jetzt irgendwie zu doof? Auf wen schießt hier? Und vor allem, wie konnten die mich jetzt treffen? So, ich bin ne halbe Sekunde hochgekommen. Ah, da ist schon mal einer. Der einfach nicht sterben will. Da ist noch jemand. Da ist noch jemand. Hallo? Ich sehe niemanden mehr, das kann doch nicht sein. Naja, wir sind sowieso bei 20 Minuten. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Spec Ops The Line, wenn wir diese letzten Typen hier umbringen. Und ja, bis dahin. Ciao, euer Vayne Let's Play.